Und jetzt nur noch Unterricht vorbereiten, Arbeiten korrigieren, Noten vergeben, den Elternsprechtag organisieren und dabei aber zu Hause arbeiten auf dem privaten Computer. Und bitte ganz genau auf den Datenschutz achten, die komplizierte Datenschutz-Grundverordnung umsetzen und natürlich Urheberrechte nicht verletzen. Als hätten wir nicht schon genug zu tun. Aber so wichtig ist das mit dem Datenschutz doch auch nicht, oder? Naja, zumindest nicht so wichtig wie unsere anderen Aufgaben. Also beim Datenschutz einfach mal fünfe gerade sein lassen, um einen besseren Unterricht zu machen. Das wäre schon legitim, oder? Wobei, andererseits, wenn es um die eigenen sensiblen Daten geht, verlangen wir ja von unseren Ärzten, Ämtern und Freunden auch, dass sie damit vernünftig umgehen. Alle Gesetze und Regeln zu beachten, mag zunächst sehr schwierig erscheinen. Aber wenn man es genauer und strukturiert betrachtet, kann man auch ohne IT-Fortbildungskurs rechtssicher mit Daten umgehen. Dafür sollte man zunächst unterscheiden zwischen Datenschutz, Datensicherheit und dem Urheberrecht. Datenschutz ist eigentlich ein unpassendes Wort. Man soll ja nicht die Daten schützen, sondern die Menschen dahinter. Also Schüler, ihre Eltern und die Kollegen, damit sie keine bösen Überraschungen erleben, falls die Daten über sie aus Versehen mal abhanden kommen. Bei der Datensicherheit hingegen geht es um die Daten selbst und um die Geräte, auf denen man sie speichert. Also zum Beispiel, dass sie vor Diebstahl oder fremdem Zugriff geschützt sind. Aber auch vor Verlust, zum Beispiel durch einen Gerätefehler oder einen Brand. Das Urheberrecht hingegen hat mit Datenschutz und Datensicherheit eigentlich gar nichts zu tun. Es spielt eher dann eine Rolle, wenn es um Unterrichtsmaterialien, wie zum Beispiel geschützte Werke von Fotografen, Musikern und Autoren geht. Aber solange es um persönliche Daten geht, sind vor allem der Datenschutz und die Datensicherheit zu beachten. Und wenn man zu beiden Themen jeweils einfache Tipps beachtet, ist es möglich, rechtssicher und verantwortungsbewusst mit Daten umzugehen. Wenn man für seine Arbeit ein privates Gerät nutzt und darauf auch persönliche oder sensible Daten verarbeitet, sollte man die folgenden drei Dinge beachten. Erstens, Daten vermeiden. Bevor Daten gespeichert werden, sollte man erstmal grundsätzlich überlegen, ob es überhaupt nötig und erlaubt ist, diese Daten elektronisch zu speichern. Oft ist es das gar nicht. So kann man sich mitunter durch diese einfache Überlegung viel Arbeit sparen und dem Datenschutz zu 100% gerecht werden. Sollte man sensible Daten doch speichern müssen, empfiehlt es sich, diese pseudonymisiert zu speichern, also zum Beispiel mit Kürzeln oder im Alphabet verschobenen Initialen zu arbeiten. So verhindert man, dass die Betroffenen erkannt werden können und ein Schaden entsteht. Zweitens, Adressbücher schützen. Die Apps von großen Netzwerken wie Facebook und WhatsApp versuchen, sich die Daten aus dem eigenen Adressbuch einzuverleiben. Vor allem, wenn die persönlichen Daten von Freunden, Kollegen und Schülern im Adressbuch gespeichert sind, sollte man diese Apps dringend vermeiden oder ihnen zumindest den Zugriff auf das Adressbuch untersagen. Denn diese Apps können das Adressbuch unbemerkt auf einen Server im Ausland laden, was zur Folge hat, dass man gegen den Datenschutz verstößt. Außerdem verknüpfen diese Unternehmen im Verborgenen sehr gerne alle möglichen Daten miteinander. Das eigene Adressbuch könnte also dazu führen, dass Facebook Freundesvorschläge macht, die sensible Verknüpfungen verraten. Drittens, Daten vor fremdem Zugriff schützen. Auch Dienste wie Dropbox oder Google Drive und ähnliche dürfen nicht genutzt werden, denn diese übertragen Daten fast immer auf ausländische Server. Und wenn wir ehrlich sind, wollen wir doch auch nicht, dass zum Beispiel unsere Ärztin unsere Diagnosen samt Klarnamen den Geheimdiensten über Dropbox oder Google zuspielt, nur weil sie es so schön modern und bequem findet. Hier nun drei Tipps zur Datensicherheit, also wie man seine Geräte schützen kann. Erstens, Updates. Am besten sind automatische Updates aktiviert, mindestens für Betriebssystem, Browser und Mail-Client. Dabei geht es gar nicht darum, immer die neuesten Features zu bekommen, sondern nahezu jedes Update schließt gefährliche Sicherheitslücken. Installiert man sie zu spät, ist es durchaus möglich, dass man aus Versehen auf einen Werbebanner klickt, der auf eine betrügerische Webseite umleitet, die einen Virus, Wurm oder Trojaner installiert. Und wo wir gerade beim Thema sind, am besten installiert man sich gleich auch noch einen nicht kommerziellen und frei verfügbaren Ad-Blocker, wie zum Beispiel diesen. Das schont die Nerven, den Akku und schützt sogar vor Schadsoftware. Zweitens, Firewall und Virenscanner. Viele Geräte und Betriebssysteme haben bereits eine Firewall und einen Virenscanner integriert. Wenn man sie aktiviert und immer auf dem neuesten Stand hält, sollten sie in den meisten Fällen vor bekannten Schadprogrammen schützen. Extra eine Spezialsoftware zu kaufen, ist deswegen meistens nicht nötig. Die integrierten Lösungen haben bei fast allen großen Angriffen der letzten Jahre bisher ausreichend funktioniert. Drittens, Verschlüsselung und Backups. Auf jeden Fall sollte man seine Geräte mit einer klassischen Passwort- oder PIN-Abfrage vor ungewolltem Zugriff schützen. In vielen Betriebssystemen lässt sich das auch gleich mit einer Verschlüsselung des Speichers verbinden. Falls nicht, kann man Open-Source-Programme wie zum Beispiel diese hier nutzen, um einzelne Dateien oder gleich ganze Laufwerke sicher zu verschlüsseln. In diesem Video erklären wir, wie das ganz einfach gelingt. Der Vorteil von verschlüsselten Daten ist, dass man hiervon ganz unkompliziert Backups herstellen kann. Ein verschlüsseltes SIP-Archiv oder einen verschlüsselten Container kann man schnell, einfach und bedenkenlos auf verschiedenen Medien verteilen. Diese Tipps sind ein bisschen wie Händedesinfektion. Sie helfen nicht in jedem Fall, aber man ist sozusagen vor 99,9% der Bedrohungen geschützt. Mehr Filme, Infos und Tipps gibt's auf dieser Webseite.